Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Camero und wir sind in der zweiten Folge des Football Manager 2016. Ja, in der ersten Folge, naja eigentlich ist es die erste Folge jetzt gerade, in der ersten anderen Folge gab es eine kleine Einführung, deswegen habe ich sie Folge 000 genannt, damit ihr euch ein bisschen zurecht findet, was ich hier überhaupt mache und so weiter und worum es im Football Manager eigentlich geht, auch im Vergleich zum EA Football Manager oder EA Fußball Manager. Und heute geht es ans Eingemachte, wir werden uns erstmal den Verein grundsätzlich anschauen und was wir dann für Trainer haben und so weiter und es geht um die Taktik heute und vielleicht kriegen wir dann in der Zeit auf jeden Fall noch ein paar Meetings hin. Werden wir mal schauen, was wir alles so gebacken kriegen. Ich hoffe, so einiges werden wir heute in der Folge schaffen. Ich bin da auf jeden Fall guter Dinge. Ja, schauen wir uns erstmal die ganzen Coaches an. Also ich würde gerne meinen Verein ein bisschen umstrukturieren. Das meiste ist eigentlich ganz gut, aber die Trainer gefallen mir noch nicht so sonderlich. Wir haben eigentlich nur Manfred Schmid als vollwertigen Trainer. Ansonsten hätten wir den Fitnesscoach Abanos und den Fitnesscoach Jan-Benjamin Kugel, der übrigens auch National-Fitnesscoach ist und so weiter. Und Alexander Bade als Torwart-Trainer. Das gefällt mir noch nicht so ganz gut. Also Fitness kann man so lassen, aber wir brauchen auf jeden Fall noch Trainer für die grundsätzlichen Bedürfnisse, sage ich mal. Also einen guten Taktik-Trainer, das seht ihr hier auf der Seite, einen guten Taktik-Trainer gibt es auf jeden Fall. Manfred Schmid hat 16 in Taktik, das ist glaube ich ganz okay. Vielleicht sollten wir ihn langfristig auch ersetzen, aber für unsere ersten Bedingungen ist das erstmal okay. Und wir sind auch noch am Start, wir haben, was Training angeht, noch viel zu lernen. Deswegen würde ich uns eher ungerne noch mit ins Training einbinden. Und ich würde sagen, hauen wir jetzt erstmal das Training komplett raus. Außer Fitness und Alexander Bade als Torwart-Trainer. Taktik haben wir aktuell eigentlich einen guten, vier Sterne, das reicht auf jeden Fall für Taktik. Das ist schon mal in Ordnung. Wir müssen aber nachlegen für die ganzen technischen Sachen, für Verteidigung, Angriff und so weiter. Da müssen wir auf jeden Fall bessere noch holen. Schauen wir uns mal im Vergleich an, wie denn unser Coaching-Team so bestellt ist. Also hier seht ihr immer den Durchschnitt und hier so schlechteste und beste in der Bundesliga. Wir sind unterdurchschnittlich, was die Trainer und Coaches und so weiter betrifft. Das muss sich auf jeden Fall erheblich verbessern. Was Scouting betrifft und Transfers im Allgemeinen sind, war auf jeden Fall Überdurchschnitt und unser medizinisches Team ist auch Überdurchschnitt. Mal gucken, was wir da alles so hinkriegen. Ich würde erstmal sagen, was haben wir gesagt? Ich muss mal kurz gucken, was denn nochmal gefordert ist. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Technik-Trainer, einen Verteidigungstrainer und einen Offensiv-Trainer. Technik ist hier auch nochmal, vielleicht kriegen wir auch zwei Techniker. Mal gucken. Wir schauen jetzt einfach mal, was denn auf dem Markt alles so verfügbar ist. Hier seht ihr die ganzen Sachen, die ganzen Coaching-Attribute, wie stark unsere Trainer sind. Wir suchen jetzt erstmal nur Coaches und gucken mal, was auf dem Markt überhaupt so verfügbar ist. So, Alexander Zickler ist leider nicht verfügbar. Den hätte ich eigentlich ganz gerne. Markus Schroth hat 17 in Offensiv-Training. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was hat er denn für mentale Attribute? Geht so. Geht so, geht so, geht so. Aber er ist eigentlich so der einzige freie Mann auf dem Markt. Deswegen würde ich sagen, hauen wir ihm mal einen Vertrag raus. Anderen Nineteens-Coach. Oh, da müssen wir natürlich auch noch nachschauen, ob wir vielleicht für die U19 noch ein bisschen was kriegen. Hauen wir erstmal ein Angebot raus. Er möchte 2,7. Mit 2,2 hoffentlich ist er zufrieden. Nee, 2,3. Ich glaube, wir einigen uns auf 2,3. Dann hätten wir schon mal hier einen vollwertigen Coach. Das ist doch schon mal super. Schauen wir uns nochmal die Defensive kurz an. Niko Kovac ist verfügbar. Den habe ich in meinem anderen Spielstand auch schon. Der ist eigentlich ganz geil. Nehmen wir den auf jeden Fall. Der ist ein bisschen teuer. Und in meinem anderen Spielstand ist er dann irgendwann gewechselt. Als Cheftrainer vom HSV, glaube ich. So, geben wir ihm mal ein bisschen was hier. So, jetzt geht es an die technische Sache. Ich möchte übrigens gerne, dass der Trainer Deutsch spricht. Aktuell hatten wir jetzt keine Probleme mit dem, äh, mit den anderen Trainern. Aber hier müssen wir aufpassen, weil hier habe ich den El Maestro gesehen. Aber der sieht ganz gut aus. Der hat auch schon, der war auch schon in Hamburg, Hannover und so weiter. Hm. Schauen wir uns mal kurz die Statistik an. Technik hat er auf jeden Fall 20. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Mentale Attribute. Sieht eigentlich auch ordentlich aus. Vielleicht kriegen wir den. Ansonsten habe ich da Thomas Hessler gesehen. Das wäre natürlich auch eine super Verpflichtung. Oh, shit. Ja, der wird wahrscheinlich ein bisschen, ne, der wird zu teuer. Müssen wir Thomas Hessler nehmen. Thomas Hessler war ja auch in der Realität schon beim 1. FC Köln. Also, wird er sich da schnell reinfinden, schätze ich. 5,75 möchte er haben. Der soll mit 4,9 zufrieden sein. Ja, ist er auch. Alles klar. Da hätten wir Thomas Hessler auf jeden Fall schon mal auch drin. Das ist sehr gut. Also, hätten wir eigentlich einen Techniktrainer, einen Offensivtrainer, einen Defensivtrainer. Hm. Das würde eigentlich fast schon reichen. Wenn mit Scholl hätten wir hier noch vielleicht noch einen weiteren Techniktrainer. Müssen wir mal gucken. Coach. Da hätten wir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich starke Trainer. Da kann man auf jeden Fall überhaupt nicht meckern. So, Finalize. Alles klar. So, dann gucken wir gleich mal, was die denn zu sagen haben und ob die wirklich zu uns wechseln. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, würde ich fast behaupten. Das wäre wünschenswert. Die anderen Sachen, Scouts. Zehn Scouts können wir auf jeden Fall haben. Acht Scouts haben wir aktuell. Dann schauen wir noch mal kurz nach dem Scout. Was ist denn da wichtig? Wichtig ist auf jeden Fall, dass die die grundsätzliche Ability auf jeden Fall gut hinkriegen. hier habe ich schon mal einen. Norbert Ziegler sieht sehr nice aus. Könnte mal... Oh, ist der teuer. Nee. Ich muss mal kurz gucken. Schiefscout haben wir. Wir haben auch schon acht von acht steht hier. Wundert mich gerade doch eigentlich. Eben stand da ja noch zehn können wir haben. naja, dann lassen wir erst mal die Scouts außen vor. Scouts haben wir ja gesehen. Ist überdurchschnitt. Die Physios sind überdurchschnitt. Das ist eigentlich okay. Achso, mit Jörg Schmattke auch noch dazu. Alles klar. Okay, okay, okay. Ja, schauen wir uns mal kurz an, wen wir denn überhaupt im Team haben. Ja, da gibt es so einige, die nicht so wirklich prall sind. Hier, ich sehe diesen Colesar. Magdommer ist jetzt nicht so wirklich prall. Heinz Hornig auch nicht. Auf Dauer sollten wir die vielleicht doch ersetzen. Aber ich glaube, Training ist jetzt erst mal wichtiger, dass wir schon mal das Training definitiv hinkriegen. Machen wir noch mal schnell ein Meeting. Also, hier werden wir auf jeden Fall begrüßt von Werner Spinner, unseren Präsidenten. Er möchte gerne mit uns reden über die ganzen Philosophien, die wir verfolgen und so weiter. Ich werde auch Philosophien einbauen. Ja, es geht darum, wie will der FC spielen? Soll er eher auf Ballbesitz spielen? Soll er eher auf Konter, Direkter oder sonst was spielen? Es geht aber auch darum, dass wir ein Ziel verfolgen mit dem 1. FC Köln und zwar die Jugend ein bisschen einbinden und ich gehe jetzt einfach mal ins Meeting rein. Hi Marcel, willkommen zum 1. FC Köln. Ich möchte gerne mit dir ein paar Minuten reden und dich begrüßen im Verein und so weiter. Ihr könnt es ja alles selber lesen. Wir reden auf jeden Fall hier jetzt erst mal um grundsätzliche Sachen, die wir hier haben. Der 1. FC Köln ist ein Verein mit viel Geschichte und so weiter. Ich möchte gerne mehr über den Verein erfahren. Natürlich Suggest Philosophies You're Passionate Alles klar. Ja, wir wollen auf jeden Fall über die Philosophien, die ich eben gesagt habe, über die Philosophien möchte ich auf jeden Fall reden. Pressekonferenz um die Journalisten kennenzulernen und so weiter natürlich auch. Alles klar. Da möchte ich gerne jetzt erst mal mit dem Assistenten reden. Das ist der Manfred Schmid, über den wir jetzt gerade eben noch geredet haben. Er kann mir jetzt erst mal eine Zusammenfassung über den Verein geben, damit wir ein bisschen im Bilde sind. Die Zusammenfassung haben wir uns eigentlich schon selber aufgebaut, aber ich glaube, das ist schon okay so. Dann den Backroom-Stuff möchten wir auch noch kennenlernen. und dass sie uns Nachrichten schicken. Ich glaube, das andere machen wir jetzt nicht. Wir können jetzt auf jeden Fall hier bei ihm schon mal sagen, okay, ich möchte das und das einstellen. Das Einzige ist, glaube ich, dass ich das hier mal kurz einstelle. Ich möchte gerne die U19 und so weiter und das Reserveteam möchte ich gerne in andere Hände geben. Das machen wir auch so. Und die sollen genau die gleiche Taktik spielen, wie wir auch. So. Ich gehe hier aber raus, denn man kann diese Einstellung viel, viel einfacher vornehmen in den Responsibilities. Hier kann man nämlich auswählen, was denn der Trainer selber, also ich selber, der Manager selber machen möchte und was ich den anderen überlassen möchte. Und hier geht es erstmal darum, Young Players. Wer verpflichtet die jungen Spieler für die Zukunft? Das ist halt immer so eine Frage. Es kann passieren, wenn ich da jetzt irgendwen auswähle, dass die dann meinen Transferbudget ein bisschen zerstören. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Ich mache erstmal, dass die Verträge machen können. Signings. Ach komm, machen wir auch hier. Machen wir auch hier Frank Schäfer. Dazu ist eigentlich dieser Head of Youth Development eigentlich ganz in Ordnung. Der kann dann eben entscheiden, was mit den jungen Leuten passiert. und ich glaube outgoing machen, nee, outgoing machen wir nicht. Aber Frank Schäfer kann entscheiden, wen er verleihen möchte. Verträge kann Frank Schäfer bei den Jungen auch machen. Set Assignments for the Scouting Team, das kann gerne Jörg Jakobs erstmal übernehmen. Da habe ich weniger damit zu tun, aber hin und wieder kann ich dann auch irgendwelche Aufgaben an die Scouts verteilen. Das ist schon mal in Ordnung so. Runs General Training, okay. Training möchte ich grundsätzlich nicht übernehmen, das soll Manfred Schmid und Frank Schäfer machen. Die individuellen Trainingssachen sollten auch die anderen machen. Dann habe ich mit dem Training überhaupt nichts zu tun. Das ist erstmal so mein Ziel. Into the Club und genau, Frank Schäfer bringt die ganzen jungen Leute in den Verein. Das ist doch super. Team Talks will ich auch nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Handles Opposition Instructions soll alles unser Assistant Manager machen. Wenn man hinterher einen guten Assistant Manager hat, der macht das eigentlich ganz ordentlich, zumindest wenn er gute taktische Werte hat. Also von daher ist es mir vollkommen recht, wenn das so passiert. Und die anderen Sachen können gerne die anderen auch machen. Coach Report auch hier. So. Genau. Die haben schon alles eingestellt. Purchasers, Players für B-Club. Kann gerne Jörg Schmadtke übernehmen. Hier auch. Hier auch. Ne, Stuff. Das möchte ich gerne machen. Ja, ansonsten hätten wir hier alles eingestellt. Also für Training und so weiter bin ich nicht wirklich geeignet. Ich habe mich da noch nie wirklich so reingefuchst und so, dass das ordentlich funktioniert. Dafür holen wir uns ja jetzt gute, gescheite Leute, die das auf jeden Fall gut hinkriegen. Ich bin eher für den taktischen Bereich und für die Mitarbeiter und so zuständig. Das macht in meinen Augen ein bisschen mehr Sinn für mich zumindest, weil ich mich da auf jeden Fall besser auskenne. So. Hätten wir das auf jeden Fall erledigt. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Gerüst von Leuten. Wenn wir jetzt die Trainer noch verpflichten, dann sollten wir auf jeden Fall über Durchschnitt sein. Das ist für unseren Verein, für unseren kleinen Verein, der gerade mal eine Saison in der ersten Liga absolviert hat, ist es, glaube ich, ganz okay. So, schauen wir uns nochmal die Transfers an. Also Bruno Nassimento ist gerade ausgeliehen und Philipp Osina ist auch ausgeliehen, aber an uns. Marot und Mavrei sind verletzt. Da müssen wir nochmal schauen. Wir haben eigentlich gute Leute, die die beiden erstmal ersetzen. Wir haben hier sechs Wochen und drei Monate oder sechs bis neun Wochen und drei bis vier Monate. Da müssen wir vielleicht doch nochmal schauen, ob wir da irgendwie Ersatz finden. Aber das Problem habe ich ja schon gesagt, 500.000 Transferbudget, das wird ein bisschen wenig und das wird ein bisschen knapp. Müssen wir mal schauen. Meet Your Stuff. Ja, hier haben wir auf jeden Fall es gibt einmal wöchentlich gibt es dann auch noch Besprechungen und so weiter. Da geben die Mitarbeiter Vorschläge, was denn zu tun ist und was wir tun sollten. Er empfiehlt hier jetzt ein 4132, ein 4222 und ein 4411 mit zwei DMs als mögliche Formation. Das lassen wir erstmal, weil ich mir sowieso erstmal eine Taktik überlegt habe. Ich möchte gerne grundsätzlich meine Teams so spielen lassen, wie ich das für richtig halte und wie meine Philosophie eben auch in einer Realität wäre. Und da zeige ich euch mal die Taktiken, die ich mir jetzt erstmal so überlegt habe. Erstmal haben wir eine offensive Formation. Ja, das ist nennen wir es mal 4231 mit zwei etwas defensiveren Mittelfeldspielern. Also eigentlich sind es zentrale Mittelfeldspieler, aber die arbeiten defensiv. Hier haben wir einmal einen Deep Lying Playmaker, der zusätzlich auf Verteidigen eingestellt ist. Das heißt, er zieht sich auf jeden Fall zurück, läuft wenig und bleibt eher hier vor der Abwehr. Hier haben wir einen Ballwinning Mitfielder, der als Support eingestellt ist, also unterstützend quasi für ihn wirkt. Ja, er versucht also er bleibt erstmal ein bisschen weiter hinten und sichert auf jeden Fall die Viererkette vor der Viererkette selbst ab, während er versucht den Ball zu gewinnen, also ein bisschen mehr auf Pressing geht und so weiter. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Hier müssen wir nochmal kurz was umstellen, genau das will ich. Hier haben wir die Viererkette, die Viererkette ist so eingestellt, dass Hector ein Wingback ist, also ein bisschen offensiver, hat aber die automatische Einstellung drauf, das heißt, er kann selber entscheiden, ob es jetzt besser wäre, offensiv zu agieren oder defensiv zu agieren. Genauer betrachtet würde ich ihn eigentlich gerne auf Attack stellen, einfach dadurch, dass Hector einfach der offensiv stärkere Spieler ist und ich bin mir da noch nicht ganz sicher. also ich habe ihn jetzt erstmal auf automatisch, dann beackert er quasi die Offensive, aber auch die Verteidigung lässt er nicht aus und vor. Ich glaube, das ist erstmal eine gesunde Einstellung, um das zu nehmen. Dann habe ich einen Verteidiger, habe ich auf Ballplaying Defender gespielt, also er ist quasi derjenige, der dann den Spielaufbau forcieren soll, während er als Central Defender eingestellt ist, er könnte auch als Limited, aber lassen wir erstmal den Central Defender drin, während er dann einfach nur zum Absichern da ist. Er verteilt die Bälle vorwiegend an den DLP oder an den BWM und als rechten Verteidiger habe ich eingestellt Fullback und Defend, er sollte eigentlich nur auf Defenden aus sein. Das liegt einfach daran, weil ich vor ihm sozusagen auf der rechten Seite habe ich den Risse drin, der ist ein sehr, sehr offensiv starker, er kann auch defensiv, aber ich würde es gerne so halten, dass er größtenteils attackiert und wenn er die ganze Zeit nur vorne ist und er auch vorne wäre, dann wäre er hinten offen und dann würden wir schnell überrannt werden. Das würde ich verhindern, indem ich einfach eine Verbindung mache, ein Defensiver, ein Offensiver und hier ein eher Offensiver und hier ein Defensiver. Er hat nämlich hier den Inside Forward und Off Support. Warum ich hier zum Beispiel Winger habe und hier Inside Forward, das kann ich ganz leicht erklären. Ich möchte gerne Hector so spielen lassen, dass er den Mitspieler überläuft, dass er den linken Flügel überlaufen wird, während ich das bei Orkowski, da er nicht so offensiv stark ist, wie ich finde, eher verhindern möchte. Dann haben wir die alle erklärt. Jetzt kommt noch unsere Anspielstation sozusagen. Das wird der Advanced Playmaker sein, das wird Nagasawa in dem Fall erstmal sein. Jojic könnte es auch spielen, aber gucken wir erstmal wie es hier wird. Er soll, nachdem die beiden den Ball geholt haben, er hier als defensiver Part im Mittelfeld gibt ihn an den Gerhard rüber und er leitet es weiter auf Nagasawa, der dann die Schaltzentrale darstellen soll. Oder wenn es schnell gehen soll, eben auf Svento oder auf Risse. Deswegen ist er als Spielmacher sozusagen, als erweiterter Spielmacher eingestellt, der dann einfach die Bälle verteilen muss. Und hier als Complete Forward ist Modest. Da kann man auch noch andere Sachen einstellen, zum Beispiel Modest ist am besten als Targetman. Aber das habe ich in der zweiten Taktik so eingestellt. Targetman ist einfach der Zielspieler sozusagen, den man nochmal anspielen kann, der dann querlegt auf Risse oder Svento, aber halt dann dementsprechend nicht so offensiv ist. Das kann ich einmal kurz zeigen, wenn ich es einstelle, dann rückt der automatisch ein bisschen weiter nach hinten. Das ist mir dann, wenn ich das so einstelle, ist mir das hier ein bisschen zu viel Menschen Anhäufung. Deswegen bin ich mir sicher, dass Complete Forward hier in dem Fall besser sein sollte. Und wie spielen wir grundsätzlich mit dieser Taktik? Ich möchte gerne ein bisschen mehr auf Ballbesitz spielen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen lasse ich das Tempo erstmal ein bisschen langsamer angehen. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass es dann ein komplett langsames Tempo ist. Also wenn die Spieler das wollen, dann können sie auch schnell kontern oder keine Ahnung was. Es ist einfach nur, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen sollen und das ist halt der Punkt. Ich möchte eher auf Ballbesitz spielen, auch wenn es mit dem 1. FC Köln aktuell nicht unbedingt möglich ist, aber dahingehend einfach, dass die mit weniger Risiko spielen und das hoffe ich, dass diese Funktion das dann ein bisschen macht. Hier habe ich dann nochmal Retained Possession eingestellt, also versuchen dann irgendwie den Ballbesitz zu kriegen und auch zu halten. Ansonsten hier wird das Pressing eingestellt, Closing Down. Ich möchte gerne ein bisschen enger am Mann stehen und auch den Goalkeeper ein bisschen unter Druck setzen und hier einfach mit ein bisschen mehr Pressing agieren. Ja, ansonsten die defensive Linie wird erstmal normal sein. Ich habe noch eine andere Taktik, die wir dann für auswärts oder gegen stärkere Mannschaften spielen. Also diese Taktik soll erstmal gegen gleichstarke oder schlechtere Mannschaften sein und wenn möglich zu Hause und die andere Taktik, die sollte dann eher für Auswärts Spiele sein oder eben gegen viel stärkere und ich zeige euch dann auch gleich warum. Ich glaube, hier habe ich dann alles erklärt. Das ist nämlich diese Formation ein Stück weit defensiver. also es ist eigentlich ähnlich zu der nur dass die mittlere das mittlere mittelfeld ein bisschen weiter zurückgezogen ist, wie ihr seht. Nagasawa wird das passt eigentlich nicht. Genau jetzt machen wir mal einen Quick Pick. Auch hier wird ein Deep Lying Playmaker sein und ein Ball Winning Midfielder nur, dass die wesentlich weiter hinten sind und Jojic wird in der Mitte ungefähr den Advanced Playmaker spielen und ich bin mir nicht ganz sicher ob das so hinhaut aber versuchen kann man es auf jeden Fall hier habe ich das kurz falsch eingestellt das müssen wir mal kurz ändern ich hoffe dass es so funktioniert gucken wir einfach mal und hier ist dann dadurch dass hier ein bisschen mehr Platz ist haben wir hier dann den Targetman die beste Rolle sozusagen für Modest hier so eingestellt die Instruktionen sind hier eigentlich ähnlich nur dass wir ein bisschen tiefer stehen und ansonsten sollte das eigentlich genau gleich sein wie eigentlich auch zu der Taktik nur halt mit tiefer stehen ja so viel auf jeden Fall zur Taktik ich hoffe das funktioniert ich bin mir da ein bisschen unsicher also ich habe das Gefühl wir müssen erstmal die ersten Spiele abwarten es ist immer so eine Frage beim FM es ist erstmal ist es so die Taktik die ich mir vorstelle wie ich zu spielen möchte so dass es ein bisschen auf Ballbesitz ist aber auch schnell werden kann und dazu sind glaube ich beide Formationen eigentlich ganz gut aber man weiß nicht wie die Mannschaft das umsetzt und wie schnell sie auch sich in die Taktik in die Formation einspielt hier sieht man übrigens auch die ja den Grad der Eingespieltheit also im Moment eher so im mittleren Bereich da sieht man das auch die die wirklichen Levels die das ganze Niveau und hier sieht man Marking ist im Moment schlecht das Pressing haben sie noch nicht drauf die Formation an sich haben sie noch nicht drauf den Passing Stil haben sie noch nicht wirklich drauf also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainiert werden bis die das wirklich drauf haben ich hoffe wenn sie eingespielt sind so einigermaßen funktioniert das ganz gut aber es ist noch so eine Frage ich überlege auch hier übrigens statt auf fluid auf flexibel zu spielen ich glaube also hier kann man dann einstellen wie sehr die Leute die Formation die Position verlassen und so weiter ich weiß es nicht ich weiß es nicht vielleicht mache ich hier erstmal auf flexibel vielleicht ist das ein bisschen besser wir müssen sowieso erstmal die ersten Spiele abwarten und ich habe da schon ein bisschen Angst also ich muss ehrlich gestehen mein erster Spielstand beim FM 2016 ist komplett in die Hose gegangen da bin ich direkt nach zehn Spielen oder so rausgeflogen beim zweiten Spielstand bin ich jetzt in der zweiten Saison aber es läuft auch nicht immer ganz rosig aber ich habe das Gefühl dass die Formation an sich gar nicht so schlecht ist nur die Eingespieltheit die ja die macht manchmal kuriose Dinge aber schauen wir erstmal falls ihr auch Ideen habt was man da machen kann und so weiter wie man vorgehen kann nur her damit also falls ihr euch schon mit dem FM auseinander gesetzt habt auch ein paar Formationen schon getestet habt Taktiken habt und so weiter ich bin gerne offen für Vorschläge und so weiter es ist halt echt es ist ein schweres Spiel und ich finde den FM 2016 von der Taktik her anders also viele taktische Einstellungen laufen anders als ich gewohnt bin da muss ich mich erstmal ein bisschen rein fuchsen es ist nicht komplett anders es ist ähnlich aber manche Rollen werden dann doch anders wahrgenommen als im FM 2015 zum Beispiel noch naja Change Focus genau erstmal die sollen die definitiv das taktische lernen das ist mir auf jeden Fall das wichtigste im Moment ansonsten eigentlich habe ich ja eingestellt dass das bitte der Dings macht Training genau er stellt das alles ein alles klar ich würde sagen damit sind wir damit erstmal durch ich habe die ganze Taktik schon mal vorgestellt ich habe die Meetings gemacht und beim nächsten Mal werden wir dann Transfers tätigen auch wenn wir jetzt mit 500.000 nicht unbedingt weit kommen werden wahrscheinlich gucken wir einfach mal ob wir dann eventuell noch jemand verkaufen können ich habe mir zum Beispiel Dushan Svento ins Auge gefasst den man eventuell für 3 Millionen wegkriegen könnte der Wert ist 2,2 Millionen 3 Millionen könnte man hinkriegen und für ihn könnte man dann eventuell komm ich packe ihn schon mal drauf vielleicht kommen dann während des nächsten Spieltags dann ein paar Angebote vielleicht will ihn jemand als offensiven Mittelfeldspieler oder so haben 3 Millionen mal gucken weil er ist 29 und hat nicht mehr wirklich viel Entwicklungspotenzial und da würde ich mir dann gerne noch andere Spieler gönnen eigentlich Matthias Lehmann genauso aber der ist zu wichtig eigentlich für den Verein deswegen müssen wir mal schauen was denn passiert und ich würde sagen in der nächsten Folge machen wir dann das Training und wir